Wie viele Dias würdest du denn wollen? Nee, ach, Dias. Brauchst du doch nicht für Stein. Ja doch, klar. Bisschen. Wie viele Dias würdest du denn wollen? Ich kann auch nicht, wie viele Stacks waren es denn? Nein, ich will das jetzt nicht. Ein halber Stack Steine. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das eine Ader von mir. Wie viele Dias hast du denn? Wie viel würdest du mir geben dafür? Ich würde dir vielleicht pro Stack einen halben Dias geben. Das ist, oh mein Gott, was ist das für eine Quarzader? Ja, Torches sind egal. Ja, ich kann die dir runterwerfen, wenn du hochkommst. Ja, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht hochkommen, weil ich zu deinem Ende bin. Du bist ja gerade bei meinem Monster-Spawner, ne? Das war eine Quarzader! Ja, ich kann dir das einfach reinwerfen, sodass es runter in das Wasserbecken fällt. Nee, nee, ich bin gerade unterhalb von dir. Ich habe gerade aus einer Quarzader 48 Quarzblöcke. Ich sehe dich. Dann, ich werf's hier runter, ne? Eine Quarzader! Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. Einfach mal eine Quarzader 48 Quarzblöcke. Wo ist das denn der Sinn? Blöcke! Ach da. Das wird ja noch zu Quarzdinge gemacht. Ach, 48 Blöcke. Ja! Was? Alter. 48 Quarzohrs. Wie viel Dias würdest du mir denn geben? Ich würde dir einen halben pro Stack geben, oder einen halben pro 4 Stacks. Okay. Das ist ein kleiner Unterschied, Nico. Einen halben pro 4 Stacks, sag ich mal. Nee, nee, nee. Halb pro 2 kommt da nicht. Einen ganzen für... Nee, weißt du, du kannst dir die Steine, wenn ihr die braucht, könnt ihr die euch gerne wiederholen. Ich lager sie einfach mal hier und verwende sie bei Bedarf. Okay? Ja, ja. Ich habe euch ja auch meine Picke da fast kostenlos zur Verfügung gestellt. Fast kostenlos. Mit 25% Zinsen. Ja, was aber trotzdem bei Glück 3 halt schon, äh... Ja, egal, dass wenn du den Gewinn halt trotzdem irgendwie plus 10 Diamanten rechnen kannst. Mindestens. Wallahi. Und schon. Also... Oh, dat lead. Also wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie so, wenn man jetzt so sagt, ja, ich habe jetzt 10 Diamanten, äh, 10 Diamanten, äh, hätte 10 Diamanten gekriegt, oder ich hätte jetzt, äh, 20 Diamanten gekriegt und muss 5 abgeben, was, was nimmt man dann eher? Ja, ja, ich weiß, dann mit Kohle, nenn ich weiß. Ja, natürlich Kohle. Ich hätte natürlich auch Eisen genommen, weil Diamanten ja schwach sind. Boah, Alex, lass denn das diese Folge noch einen Ender Dragon killen. Diese Folge? Ja, diese Folge. In 5 Minuten. Hä, in 5 Minuten? Ach so. Ich laufe da in 5 Minuten hin und mach den schnell kaputt. Ja, klar. Wäre so böse, wenn wir das jetzt einfach machen würden. Aber wirklich, hat eigentlich jetzt schon jemand die Festung gefunden? Ja, ich war auch schon im Ende. Echt? Ne, im Ende war ich nicht, aber die Festung habe ich schon gefunden. Was ist die denn? Äh, weg. Ja, da bin ich verborgen. Woanders. Ne, ich wollte, ich wollte, ähm, zur Festung gehen, weil... Zur Festung. Zur Festung. Zur Festung gehen. Fistung. Ich wollte zur Festung gehen. Hä, sind die denn behindert? Ja. Ja. Ich wollte zur Festung gehen, weil ich, ähm, die Bücherregale nehmen. Nehmen wollte von der Bibliothek. Ich will den, äh, den einen Buster machen. Ich hieß dann nochmal den Wither. Wither? Den kann man so oft machen, wie man will, ne? Ich weiß. Den spawnen wir einmal im End. Dann müssten wir halt dann farmen gehen. Im End. Genau, wir spawnen den Wither im End und kämpfen gegen beide gleichzeitig. Ja, ne, die kämpfen sich gegenseitig. Ja, das, das würde ich nicht machen. Ne. Ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich mir jetzt, äh, noch andere Dia-Sachen mache? Ne. Ähm, du kannst machen mit deinen Dia's, was du willst, also... Also, ich, ich wäre jetzt dagegen, ne? Ja, voll dagegen, weil ich auch so gut mitbestimmen darf, was Can mit seinen Dia's macht. Kalle, ich würde jetzt als Papa mit dem Can sagen, dass da, dass das nicht geht, ne? Oh mein Gott, ist hier viel Quarz! Das war's auch, glaub ich, selber, dass das nicht so geht, wie er das will. Okay. John Pascal? Das passt auch. Besser ist Ron Jeremy. Ne. Ich hätte, ich hätte gesagt, ähm... Ron Jeremy ist ein Pornodarsteller, ey! Jeremy, what the fuck? Ron Jeremy ist ein Pornodarsteller. Ey, ich hab 43 rohes Hütchen, wer will. Bin irgendwie stolz, dass ich nur die Namen von weiblichen Pornodarstellerinnen kenne. Nicht so wie Alex. Den muss man kennen, der war bei Game One, wurde der Mariner gezeigt. Hey, jetzt kann ich Game Porno Titel schreiben, das gibt Abos. Oh, Mann. Nein. Alex, der, äh, der andere war nicht, äh... Ah, Pascal, der war... What the fuck? Was ist los mit dir? Too much names. Ich hab, ich hab die Mod Too Much Names drauf. Too much names. Too much names. Da steht dann, anstatt Creeper, steht dann George da, oder Alfonso. Alfonso. Da steht dann, über allen Monstern stehen dann Namen da. Das wär jetzt mal ne Mod, die würde ich echt... Ja, das wär geil. Die so unnötig geil wär. Weil... Oh mein Gott! Vor mir steht dann Alex! Ein Namensverwandter, drückt mich! Ich würd den, ich würd den einfangen und einsperren. Äh, lieblich. Äh. Gesundheit übrigens. So, wie ich Kalle einsperren würde, wenn ich ihn mal in die Finger krieg. Gamescom. Gamescom, ja. Gaycom. Eigentlich zu Bondage-Action. Oh, Leute. Ey, dazu müssen wir auf die Venus gehen, ey. Ja, man, lass machen. Scheiß, du darfst, da kann ich mitkommen. Da muss man 18 sein für. Scheißegal. Okay, kommst einfach mit. Nimmst du den aus, dass du ne Freundin anpastert. Oh, nein. Ne, genau. Äh, Pascal. Dann fragen die dich, ob du dann Jennifer heißt. Dann sagst du, ne, war ein Kumpel als Jennifer. Ne, Pascal, du nimmst einfach deine Freundin mit und begründest dann, wieso ihr beide da drauf dürft, weil ihr wollt neue Sexpraktiken ausprobieren. Aber Shara ist auch aus 16. Hm? Jennifer ist auch aus 16. Es ist mir in der Sekunde scheißegal. Ja, aber den tischst du ja nicht. Die sagen, deine Schuhe sind dreckig und lass... Du musst du nicht rein. Die sagen alle einfach deine Schuhe sind dreckig. Du hast deinen Fleck auf dem Schuh, nee, 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 lass dich nicht rein. Du bist dreckig. Der spuckt ja noch so drauf. Wieso baue ich eigentlich die Hälfte mit Diapacke ab? Also die mit Behutsamkeit. Wieso baue ich die Hälfte damit ab? Was denn? Neverek? Äh, Neverek. Ja, weil du hoffst, dass da noch Malerstein rauskommt. Ich habe extra eine Eisenpicke mitgenommen, was? Du hoffst, dass da noch Malerstein rauskommt. Nein, vielleicht ein Messerziegel, dann spare ich mir so mit dem. Kali? Ja, bitte? Hast du eigentlich einen Bogen? So, ähm, Nico, ich brauche Diapicke. Kannst du mir gerne einen machen? Ja, komm hoch auf die Insel. Nein! Ja, doch, da habe ich nämlich auch eine Dings-Dingstruhe. Höh! Darfst halt nur nicht runterfallen, so wie letztes Mal. Ja, ja, das letzte Mal war es ja auch... Ja, weißt du, der Vorteil ist daran, du bist halt nicht mal schneller weiter... Der Vorteil daran, ja, genau. Äh, die Scheiße daran ist, dass du nicht mal schneller unten bist, wenn du dich umbringst, als wenn du da... als wenn du einfach runterschwimmen würdest und dann dich halb fallen lässt. Ach, ist doch langweilig. Hm? Kali, wo bist du? Ich bin auf der Sandinsel. Farme gerade. Was? San... äh, farmst du ernsthaft noch Sand? Ja, Mann. Willst du mich verarschen? Also, eigentlich mehr Sandstein als Sand, aber... Also, ich glaube, da müssen wir einmal mehr Thömer als nur einen bauen. Ich habe keine Lust, was zu farmen gerade. Ja, du musst doch... Zu bauen, meine ich. Also, ich komme da zu dir, Nico. Wieso sagen alle Nico? Ich peil das nicht. Ja, weil du ein... Nein! ...Digger bist. Ein Digger. Du bist ein Digger, ein Nigger. Kennt ihr das von South Park Menschen, die einen nerven? Kennt ihr das? Na wohl, Stan... Ich sag's nochmal. Django Unchained. Da wird die N-Bombe so oft gedroppt. Danke, dass du mich unterbrichst. Das ist kein... das ist kein Grund, die trotzdem zu bringen. Ernsthaft. Das ist überhaupt kein Grund. Du darfst nur nicht böse meinen, ich mein's jetzt nicht als Beleidigung. Trotzdem. Darf ich das jetzt erzählen? Kalle, du... Kalle, halt's Maul. Nee, ernsthaft. Kalle, du stinkst richtig, ey. Jetzt will ich nicht mehr. Ja, also... Okay, dann erzähl ich das nicht. Nee, dann erzähl ich das jetzt nicht. Na gut. Jetzt spare ich mir hier... ...Sprüche. Von dir. Wenn sie lieblich gemeint sind. Ey, da ist ein Loch. In deiner Insel. Ja. Ich weiß. Nee, so ein kleines Loch. Jetzt darfst du dreimal raten, wenn ich jetzt da runterspringen würde. Wo würde ich aufkommen? Oh! Tu schee. Wofür war der denn jetzt? Das wolltest du mich abschieben? Boah, fast runtergepft. Fast runtergepft. Wie viel, äh, wie viel mach ich dir einen Schaden? Einen. Du hast mir grad einen halben gemacht. Du hast ja Rüstung gebaut. Warum hast du dir eigentlich Rüstung gebaut? Okay. Nico, die Picke. Can ist frei zum sterben. Can stirbt jetzt. Warum das denn? Weil es sich komplett dir gemacht hat. Äh, ja, Alex? Achso. Ich brauche es hier. Gib Picke. Ja, ich mach das schnell. Nein! Mein ich die. Ich level mich 30 und danach, ähm, und danach kannst du dich mehr. Ich wollte dir einen Bogen geben. Du hast hier einen Stack. Warum machst du dir einfach komplett dir? Das ist doch total unnötig. Oh, Alex, Alex, Alex. Das musst du dir jetzt gleich geben, okay? Wofür denn? Ich hab noch einen Stack. Ja, wichst dich. Als ob du geil wirst, irgendwann. Ich hoffe, du hast keinen Po. Das wäre sonst scheiße. Ich grab' ein Ohrwurm. Nein, ich hab nicht einfach alles, was ich habe, in die Enderts-Kiste gepackt, falls das schief geht. Ernsthaft. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, Alex, ich geb dir dann den Staff schon zurück, ne? Du hast Nico sehen. Ja, ja, ja. Ich glaub, ich baue Inter jetzt schon mal lieber ab und guck dann, welches Level ich danach bin. Ich hab' noch einen ganzen Stack und 28. Boah, das regt so auf. Ich fliege vor dir, wuhuuu. Ich baue mir jetzt ein Haus hier mit Neverwreck, äh, äh, mit, ja genau, mit der Schaufel abbauen, alles klar. Ich musste gerade noch mal gucken, ob es die Glücksbizhacke ist, ne? Das wär' peinlich gewesen. Ja, an der Destination aus dem Maul kriegt, dass ich mir da extra die Mühe gemacht hab, alles mit der Behutsamkeit, das Pick abzubauen und du baust das einfach so ab. Ich bin erst Level 25, 26. Ja, da kommt noch was. Ich lauf' hier grad rum. Äh, soll ich dir die Dings schon geben? Nein, 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 du farmst weiter, bis du Level, äh, Dings hast. Ne, soll ich dir die, die Snatherquards geben? Nein! Würfst du mir die... Erst, wenn du fertig bist! Würfst du mir die Nächsten zu? Lass' mal gleich zu, ähm, zur Drago und zu mir jetzt gehen. Ja, den baue ich ab. Ist mir egal, ob du dann... Warum? Ja, kein Problem, das ist in Ordnung. Von mir aus? Ich will noch meine Rüste, meine Tierrüsteen, ein bisschen aufwerten. Achso, ja, du kannst ja bei meinen Hühnern dann vorbeigucken. Stimmt auch wieder. Ja, das werde ich auch gleich nochmal machen. Kurz bevor ich da rübergehe, weil dann werde ich nämlich gleich meinen... Ja, aber nach Kalle, der hat Vorrang, äh, nach... Scheiße. Alex. Nach Alex, der hat Vorrang. Schöne mal den Namen. Kalfabfurt Kalle mit dritten Namen. Okay, das ist richtig hässlich. Hast du, hast du einen Zweitnamen, Alex? Dann heiß' ich Ron Jeremy. Hast du einen Zweitnamen, Alex? Ich hab auch mal einen Dritten Namen. Hat irgendjemand hier einen Zweitnamen? Ja, ich hab einen Zweit- und Dritten Namen. Norbert. Nein, ich heiß Ron Jeremy. Nein, tust du nicht. Alex, musst hier gleich mal hinlaufen, okay? Auf dem... Alex, lauf hier mal kurz hin und sammle das Quarz ein. Ich hab extra meine Lentar voll gemacht, damit ich sie nicht einsammle. Äh, moin? Ähm, hier. Ich bin behindert. Ja, da ist's. Ja, das weiß ich. Ich bin Level 28,5, also müsste gleich fertig sein. Ja, ja, mach. Danach kannst du den Rest dingsen. Den Rest dingsen. Ich wollte mir nämlich eine Diapickex machen, weil ich nämlich gleich ein bisschen Obsidian abfahren muss. Das ist schon geiler mit der Picke, ne? Jetzt haben wir, glaub ich, dreimal so viel, ähm, Stacks, ähm, Ding gekriegt. Ding gekriegt? Sag, voila. Voila. Ich hab's mal übernommen für Niko. Ah, okay. Danke. Kein Ding für den King. Äh, Alex, ab jetzt kannst du hauen. Ja, ja. Moment, ich muss mal kurz meine, ähm, Hülfen-Kottel füllen. Hinter die, hinter die, äh, können wir mal. Dann, da, da. Ich bin ein bisschen am Verhungern. Äh, ach ja, ja. Ähm, sag mir, wenn du fertig bist, dann nehm ich die grad wieder, äh, ich brauch hier noch Dings. Hab, glaub ich, jetzt genug. Passt. Ist außerdem gut, wo du es hierhin gebaut hast. Ja? Nein. Ach so, ja, ich dachte grad nämlich, weil das voll der Kackpunkt war. Ja, unterm Baum. Ja, wirklich, erst mal die erste Ada, die ich finde, einfach mal 48. Erst mal die erste. Ja, Walla. Das ist bei dir. Ich glaub, dieses Walla, das wird sich irgendwie einprägen. Warte mal, wir suchen jetzt mal für Alex einen Zungenbrecher mit R raus. Okay. Das ist Assi. Nein, gar nicht. Oh, leu. Hallo Skelett. Hä? Du suchst jetzt ernsthaft einen Zungenbrecher? Ja. Ich hab damals immer, äh, ich sag oft, ähm, außer so anstatt Zungenbrecher, ähm, verweich das Wort immer mit Knochenbrecher. Das hat mich, das hat mich ja beim ersten Mal so mega geflasht, so. Alter, beim ersten Mal. Ich brauchte noch ein einziges netter Quarz noch. Hast du noch einen netter Quarz? Äh, nee, welches Level bist denn du? Nein, ich bin jetzt Level 12, aber wir fehlen genau einen netter Quarz, dass du noch einen Quarzblub machen könntest. Du kannst in meiner Kiste gucken. Äh, machst du was aus, wenn ich die Diapicke mit der Bewusstseiligkeit behaupte? Ich bin jetzt mal einer Kiste. Ich bin jetzt mal einer Kiste.